Hallo ihr Lieben! Es ist soweit! Das große Showdown fängt an. Wir haben uns eine lustige, hauptsächlich rote Horde gezüchtet, wie ihr sehen könnt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben einen kleinen Ausläufer hier drüben, der ist eher braun, und einen hier drüben, der ist eher schwarz, glaube ich. Und natürlich deine wunderbare, ähm, aussagekräftige Unterstützung, in deinen Farben natürlich. Und meine Unterstützung ist hier, in meinen Farben. Genau, Faye hat die Waffen dabei, ich habe die Waffen dabei. Tja, es ist Aberration, es kann nur eins bedeuten, es ist Boss-Time! Genau, oder eher Boss-auf-die-Fresse-Time. Genau, ähm, wir haben es, äh, zwar vorgehabt, eigentlich nach unten zu gehen, um es natürlich stylisch zu machen, was wir dann auch gemacht haben. Ähm, das ist aber mit dem hier die ganze Katastrophe. Ja, also... Ja, wir haben es probiert, das ist ein Klick gescheitert. Genau, deswegen heißt es jetzt in weniger als fünf Sekunden, heißt es, Ragnar in den Stand treten, und endlich Ark für dieses Kapitel abzuschließen. Wünscht uns Glück! Es ist ja nicht mehr so lange, dann geht es los mit Extinction. Oh, das ist... Das ist schön, bei mir hängt es noch. Yay, ich bin da! Oh, oh! Ja, das Schöne, ich sehe ihn noch nicht. Oh, und da ist er auch schon. Hallo, Rockel! Ich bin... Ah, jetzt! Ähm... Oh, Autsch, Autsch! Oh, die Greifen! Falt mal deine Akka auf dich! Jaja, ich muss falten, ich weiß. Ja, du musst... Autsch, 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 Autsch! Ja... Leute! Ah, Leute! Machst du dann schon mal zum ersten Tentakel hier? Autsch! Autsch! Du bist jetzt Wehgetörn, du Arsch! Autsch! Autsch! Halt still! Und es ist wieder ein Tentakel-Glöcken. Fertig! Fertig! Also, wenn ich hier was aufsteige, möchte ich bitte keine Tentakel, ja? Autsch! Autsch! Ich vermisse ihn gar nicht! Autsch! 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 So, unsere Babychen, die greifen jetzt... ...freulich Rockwell an! Autsch! Wehgetan! Autsch! 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 Das sind ein paar echt unangenehme Fähigkeiten. In der ersten Phase ist er eigentlich noch recht chillig. Autsch! Sag mal, das tat weh! Und bringt es irgendwas mit dem... ... mit dem Ding draufzuschießen? Ich versuch erstmal nicht von den... ... hässletten Dingern da getrunken zu werden. BPs, guck mal her! Oder? Ne, noch steigt es nicht. Ja. Oh, jetzt Phase 2 beginnt. Jetzt kommen die ganzen anderen Viecher dazu. Ja. Ein bisschen da jetzt gibt's die Gines. Autsch! Oh, 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 oh. thieves. Tja, ich weiß nicht ob das wirklich.. ... war was du solltest, armen Sie überhaupt nicht so weit zu holen. Oh ja, 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 finde ich schön, dass unsere Babys schön Schaden machen. Boah, diese Kugeln, Alter, die machen echt heftig übel Aua. Oh, da kann ich doch nicht durch. Ja, diesen... Ja, da habe ich vorhin festgehauen, das ist echt übel, das Zeug. Ich weiß nicht. Ja, die hat sich gerade wieder aufgeschossen. Kann ich sie kaputt schieben. Kümmerst du dich um die? Halt dich still. Ja, mach das. Ich habe jetzt erstmal... Ich muss nämlich gleich gucken, dass die Babys da nicht in der Suppe gleich hängen. Schön, dass ich irgendwie gar keinen Schaden mache. Und ich darf schlecker als ich. Ja, ich habe hier auch einen, der macht übelst... So was weckt mich. Oh. Ich muss mal weg. Ich muss mal weg, wo ich geklappt bin. Hey, lass uns wohl klein in Ruhe. Ja, du kannst auch vorbeifliegen im Zweifelsfalle und die Tentakel beißen. Schieß, bin links drauf. Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße. So, jetzt habe ich mich rausgehauen. Vor meinem Lachen. Rausgehauen? Wie rausgehauen? Oh, oh. Ich habe gerade keinen Schiff. Fuck, ey. Ha! Spricht mir der Klostergranate, Arschloch. Fuck, ey. Ui, 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 ui. Oh, Gott. Ich glaube das ist wirklich der härteste Kampf der wir bisher haben. Alter. Okay. Warte mal, ich will dir den Tagelgeschäft. Oh, oh, oh. Kannst du mal gucken bei dir? Oh, ich muss da mal hin. Hier kackt die hier so etwas. Oh, ich weiß ja mal ein bisschen den Namen. Oh, oh. Ich kann nicht, wie wenig Zahn ist. Alter. Alter. Oh I Give him up the other side I 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